und damit recht herzlich willkommen auf meinem kanal bahn shorts nürnberg ich bin der noah und das ist das allererste video wo ich mal moderiere genau ich habe heute auch zufällig einen kumpel dabei und zwar ja servus ich bin der alex vom kanal alex eisenmann träume ein paar werden mich wahrscheinlich kennen genau und wir werden heute zusammen filmen so jetzt kommt gleich eine vectron mit dostos der er in 19 ist es und genau genau so Übrigens habe ich jetzt seit ein paar Wochen schon ein Stativ. Wie man ja bei meinen ersten Videos erkennen konnte, war es immer sehr wackelig. Vor allem auch beim Special-Video vom München-Nürnberg-Express, falls ihr das schon gesehen habt. Wenn nicht, unbedingt abchecken. Und genau, jetzt habe ich ein Stativ und jetzt passt alles soweit. Übrigens, passend zu den 100 Abonnenten, also bei den 100 Abonnenten kommt auf jeden Fall ein Special-Video raus. Und ja, was das sein wird, habt ihr ja schon in meinem neuesten Beitrag gesehen. Wer noch nicht, unbedingt anschauen. Ähm, ja, es wird eine neue Videoreihe auf meinem Kanal geben. Trains in the middle of nature. Genau, das sind dann Zugvideos, die einfach mitten in der Natur gefilmt werden. Mitten in Wäldern oder Feldern oder was weiß ich. Und genau, diese Reihe erwartet euch dann als 100 Abonnenten. So, jetzt kommt ein ICE-T mit der Baureihe 111. Mit sehr geringer Geschwindigkeit. Genau, Leute, und jetzt noch vielleicht mal kurz was über mich. Wie ich schon gesagt habe, ich bin der Noah. Ich bin 14 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 15. Und ja, genau, ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Und das war es eigentlich auch schon. Und mit dem Alex, mit dem ich heute filmen bin, der Kanal heißt Alex Eisenbahnträume und auch da unbedingt den Kanal abchecken. Und genau, mit dem filmen wir heute. Ach ja, und schreibt mal euren Lieblingszug, beziehungsweise eure Lieblingslog auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. So, die Weiche hat sich schon mal gestellt. Das heißt, in dem Moment kommt ein neuer Zug. So, hier ist der Alex vom Kanal Alex Eisenbahnträume. Es kommt ein IC4. Und ich muss tatsächlich sagen, den gleichen Zug habe ich gestern, als ich filmen war, alleine, schon mal gesehen. Das Video seht ihr auf meinem Kanal. So, das war jetzt ein IC4 aus Richtung Erfurt. So, jetzt kommt noch der letzte Zug dieses Videos und zwar ein IC4 aus Berlin beziehungsweise Hamburg in Richtung München Hauptbahnhof. Der ist schon aus Coburg raus ausgefahren, aber jetzt warten wir noch auf ihn und er kommt aus dem rechten Tunnel raus, wie ihr sehen könnt. Also, bis gleich. So, und da kommt er auch schon aus dem rechten Tunnel, wie schon gesagt. Man kann die Lichter schon erkennen. Ach, das war meine Hand. Aber, naja, ich sehe die Lichter schon. Das müsste meines Wissens nach ein ICET sein. Mal sehen, ob es das ist. Ja, das ist ein ICET. Der kommt jetzt angefahren. Viel Spaß bei der Durchfahrt. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Und, ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es so ist. Und, genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genau, und checkt auf jeden Fall noch beim Kanal Alex Eisenbahn Träume vorbei. Was heißt checkt vorbei? Schaut vorbei. Und dann sage ich noch danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.